grün ist es hallo heute habe ich das nette teil hier geliefert bekommen ein go kart und ich dachte mir das ist genau das richtige um mal wieder loszulegen hier mit den unboxings da hatte ich nämlich auch irgendwie bock drauf und zwar habe ich hier von hauk dieses chiroco go kart ist glaube ich das ganze vier bis elf jahre trage kapazität leider nur bis 60 kilogramm da fehlen bei mir noch so 35 kilo dann könnte ich das auch mal austesten würde ich mich ganz gerne machen ich als kind hatte nämlich kein go kart ein gras grünes go kart das ganze gibt es auch noch mal in pink für die knallharten jungs unter euch designt ist das ganze in germany vertugt man sich schnell ist nicht made in germany ich weiß nicht kann man es darunter lesen ist designt in germany lustig auch safety testet bei hauk bei hauk also die haben es auch selber auf sicherheit getestet ist natürlich immer ganz praktisch wenn man das selber macht naja aber jedenfalls das nette teil das werde ich mal auspacken jetzt und aufbauen ich denke da gibt es wieder ein bisschen was zu basteln schauen wir mal so erst mal tisch frei gemacht dann gucken wir noch mal ganz kurz den karton von allen seiten wobei viel gibt es da gar nicht zu sehen hier oben haben wir noch den sitz kann man sie erkennen ich zeige das mal mit der kamera der ist dreifach verstellbar dann haben wir hier glaube ich die kugelgelagerten plastik rädchen also keine luftgefüllten räder luftgefüllte werden natürlich etwas ruhiger die plastik dinger die knattern ja doch immer recht laut draußen und packen auch nicht ganz so gut wie luftgefüllte räder die räder sind übrigens dem sportlichen design von nieder querschnitts reifen nachempfunden ja und dann haben wir noch müsste hier sein die bremse für beide hinterräder also beide hinterräder greifen von allen seiten einmal ganz kurz gedreht so viel gibt es da wirklich nicht zu sehen hier ist genau das gleiche noch hier wieder das gleiche wie auf der anderen seite von oben drauf das teil wie ich glaube ich 12,5 kilo soweit ich es in erinnerung habe ich schreibe das aber alles auch noch mal unten in den text rein der karton kam übrigens so hier an ihr seht es an den aufkleber oder habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen da war jetzt nicht noch mein karton herum das ist schon fettes ding hinten drin sind noch ein paar sachen kommt raus so sehen die aus ja ist jetzt kein hart plastik ist ein bisschen weicher das plastik also so eine ganz dezente gummi schicht hier am profil hier auch verpackt und schraubmaterial erscheint auch noch ein schlüssel drin zu sein werkzeug extra benötigt man anscheinend nicht unbedingt das ist schon mal ganz gut das ist schon mal ganz gut das packen wir ja auch mal aus das scheint ein hinterreifen zu sein würde ich sagen ich verkratze mir jetzt bestimmt wieder richtig nett den tisch schnittig aber sehr schlecht geklebt kann man das hier sehen fängt das licht das hier alles ein die ganzen wellen löst sich auch so besser ich weiß es jetzt nicht wo man es jetzt gut sieht so jedenfalls schaut es aus alles weicheres kunststoff Ciroco Team Racing oder Ciroco dann haben wir erstmal alles hier raus holen hier haben wir den Schalensitz nicht sehr weich Plastik hartes Plastik alles mattiert dann ist das hier auch nur okay zur sicherheit zum Schupf das letzte Reifchen und zum Schluss noch das Lenkrad dann war es das dann haben wir hier noch drin noch ein paar Schlusskappen und die Aufbauanleitung bewildert das ganze das Lenkrad das schaut so aus ich werde es auch diesmal richtig rum einbauen bei diesem Traktor den ich vor einiger Zeit mal gebaut habe da hatten ja einige geschrieben dass ich das Lenkrad falsch schon drauf gesetzt habe hatte aber es war 4 Uhr morgens oder so ich war todmüde da habe ich jetzt auch nicht mehr so drauf geachtet wieder jede Menge Dreck und dann das Teil hier machen wir erstmal hier das Teil ab das scheint die Längstange zu sein das ist jetzt blöd so zu filmen ich filme das jetzt gleich noch mal aus einer anderen Perspektive so haben wir hier irgendwie drauf okay jedenfalls haben wir hier die Motorhaube sag ich mal Längstange Hauptteil Fahrwerk quasi Lenkrad Schraubzeug Sitz, 4 Reifen, Abdeckkappen, das war es viel ist da gar nicht die Pedale gerade sehe ich das sind auch so Plastikdinger die sind auch nicht mal gummiert oder so also da rutscht man bestimmt schnell drauf rum mal gucken naja Bremse ok naja werde ich jetzt mal zusammenbauen sollte ja nicht so schwer sein und ähm vorher mache ich aber die Heizung raus weil es ist furchtbar warm geworden hier ja also ich war aus die ist matrices sie und so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.